Hallöchen und willkommen zurück bei Half-Life. Ich habe mich ein bisschen beruhigt, aber nicht so viel beruhigt. Wir gehen da mal vorsichtig weiter. Was denn? Sekunde, ich möchte erstmal aufladen hier bitte, bevor ich hier irgendwas irgendwo drücke. Irgendwo wird sich da ganz übel rumgeprügelt und so, aber ich habe ja die Ruhe weg. So. Was hat er jetzt gesagt? Der will das hier aufhaben. Ja, dann mach doch auf. Ah, Mäb. Oh Mann, Mann, Mann. Mäb, Mäb. Mach doch mal einer hier. Mach mal hier. Können wir hier? Das geht natürlich alles mal wieder nicht. Okay, dann müssen wir uns wahrscheinlich wieder irgendwo durchwurschteln. Oh, Kollege ist irgendwie platt. Wenn ich das richtig sehe, kann ich hier nicht Feueralarm machen? Ah, muss ich da durch? Ich hoffe, das war richtig. Wahrscheinlich nicht. Okay, mit der Kiste kann ich nichts machen. Diese Waffe bitte. Oh, das mit dem Fire war eine doofe Idee, oder? Wie kommen wir denn jetzt da durch? Ähm, kann ich hier nochmal draufdrücken? Nee, es tut sich nichts. Okay. Ähm, wie kommen wir denn jetzt da am dürfsten durch? Einfach durchrennen? Oder ist das eine schlechte Idee? Wir probieren es. Okay, wir haben irgendwas ausgelöst. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich sehe es. Ich helfe. Oh Gott, was ist denn das? Oh mein Gott. Ja, beruhig dich da drüben mal wieder, bitte. Ach, guck mal, der macht jetzt aber dafür die ganzen Viecher kaputt. Okay. Ach, der scannt jetzt wieder den Raum. Okay. Nächste Kiste, nächste Kiste, nächste Kiste. Oh, oh, das da ist explosiv. Das ist schlecht. Kann der hier hinschießen? Nein. Wo ist der denn? Ähm. Kann ich eine Granate hinwerfen? Oder Granate? Nicht gut. Der trifft uns nicht, oder? Trifft er uns? Oh, soll ich das mal probieren mit der Granate? Welche waren das? Die vier? Die fünf? Wie werfe ich denn eine Granate? Soll ich weggehen? Haben wir es kaputt gemacht? Lebt es noch? Ups. Okay, wir haben es zerstört. Das ist schon mal sehr gut. Das ist kaputt gegangen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee war. Vielleicht habt ihr eine bessere Idee, wie man diese Dinger kaputt machen kann. Weil ich mir vorstellen kann, dass der Granatenwurf dafür jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben war. Vielleicht kann man das ja auch irgendwie anders machen. Okay, ich nehme mal hier alles mögliche auseinander. Ganz viel Munition. Das ist eine sehr, sehr feine Sache. Die großen Kisten gehen die auch kaputt? Ja. Da reden irgendwelche Leute die ganze Zeit. Aber ich verstehe kaum, was die sagen, leider. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Wow. Okay, die kommen eigentlich... Also, die kommen einfach so irgendwie plötzlich. Ich... Oha. Hallo? Kann ich das irgendwie aufhalten, dass die kommen? Mann, geh kaputt. Okay, ich gehe einfach mal weiter. Und lasse jetzt mal den Feueralarm in Ruhe. So, und dann hüpfen wir hier rüber. Okay, und da kriechen wir drunter vielleicht lieber mal. War, glaube ich, keine schlechte Idee. Ach nee, wartet mal. So, erstmal hier die Kiste kaputt machen. Ich frage mich, ob da manchmal so Viecher hinter sein könnten. Okay, 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 okay. Geh mal gerade zurück. Einmal gerade die Waffe wechseln. Ja, dafür muss ich jetzt natürlich erstmal... Äh, ach nee, die können doch so... Blitze, genau. Ich habe eine andere Waffe, oder? Ist das eine andere Waffe? Yeah! Juhu! Ja, mit sowas kann ich umgehen. Oh, Bums. Sehr schön. Ja, mit sowas kann ich umgehen. Yeah! Ah, schön. Sehr schön. Das macht Laune. Erstmal einen Drink nehmen. Zack! So ein bisschen Schäkern zwischendurch darf ja wohl sein, ne? Okay, ich möchte mich da gerne aufladen. Hä, hä. Ja, ja, ja. Mehr, 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 mehr. Sehr schön. Mehr geht leider nicht. Gut. Munition einsammeln. Sehr schön. Hier kommt doch bestimmt irgendwas raus, oder? Ich bin gerade total mutig. Und gehe einfach überall hin, ohne Rücksicht auf Verluste. Näh, äh, äh. Falsche Antwort. Mhm. So, ich dachte mir, ich mache es mal lieber weg. Oh, nee, da ist schon wieder so ein, so ein, so ein, so ein... Ach, das wird erst aktiviert, wenn ich vielleicht auf diese rote... Oh, oh. Auf das rote Ding... Äh, warte mal. Ah, okay, das haben wir schon mal kaputt gemacht. Sehr schön. Hops. So, ich baller einfach alles weg. Je, ja, warum ist mein Fadenkreuz jetzt eigentlich tatsächlich ein Fadenkreuz? Ich hab nichts mehr geändert. Naja, egal. So, lad schnell nach. Ich weiß nicht, wie schnell die Viecher da wiederkommen. Ach, das ist schnell nachgeladen. Das ist gut. Hier haben wir jetzt wieder so einen Kollegen, der alles abscannt, ne? Uah. Okay, ich renne rüber. Uh, 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 uh. So, äh, Kiste kaputt. Sehr schön, aber da passe ich nicht durch. Und da ist auch so ein Ding. Ah, Mann, 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 Mann. Okay. Uah, ja, ja, ich hab dich gesehen. Sollen wir nochmal eine Granate werfen? Und das war schon wieder her. Aber ich hab keine Ahnung, wie man das sonst machen kann. Oh. Na? So, jetzt hat es sich ausgepiept. Aber da war auch noch so ein Ding gerade eben, ne? Kann das auch nach oben schießen? Ich werd's gleich merken wahrscheinlich. Na, uh, das war doof. So, ein bisschen durchatmen. Dann klappt das schon. Na, spring doch mal da hoch. Du kannst da jetzt nicht hoch springen? Ach, doch. So. Kann ich das einfach so kaputt machen? Ah, okay, okay. Ah, wo ist denn da noch eins? Ach, da. Okay, also, wir merken uns, Handgranaten sind total übertrieben dafür. Brauch ich nicht mehr einsetzen. Aber naja, was soll's. Gut. Dann mal vorsichtig weiter. Oh, Mann, oh, Mann. Wow, was ist denn jetzt schon wieder? Ach, nee. Ja, warum nicht noch mehr? Kommt. Kommt doch alle. So, nachladen bitte. Okay, ich möchte diese Waffe nie wieder aus der Hand geben. Wirklich nicht. Okay. Aber ich muss, weil wir haben keine Munition mehr dafür. Na, super. Na, nehm ich halt wieder diese hier. Aha. Hier können wir noch drunter kriechen. Ja, super. Bing, bing, bing. Ich weiß gar nicht, was dann passiert. Ob dann dadurch diese... Oh, hier, Cotion. Ja, Wet Floor wahrscheinlich. Oder was steht da dran? Äh, ja. Tatsächlich, Wet Floor. Okay. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Ah, hallo. So, wartet mal bitte. Nummer drei. Ach, jetzt kann ich nur noch diese auswählen. Okay, jetzt hab ich's gerafft. Aber dich kann ich doch bestimmt auch kaputt machen. Ja, oh, du wärst dich. Okay, ich wusste nicht, was das sich wehrt, wenn man's anschießt. Hä, wo ballert's denn? Da hinten. Oh, jetzt hab ich dem einen Typen da voll den Kopf weggepustet. Kann das mal sein. Entschuldige... Oh. Oh, was ist denn da passiert? Ja, hier rutscht man, ne? Das ist ein bisschen doof. Ich versuch mich mal anzuschleichen. Ach, Mist, das trifft mich ja. Hm, dann werfe ich halt doch eine Granate. Was soll ich denn sonst machen? Einmal um die Ecke geworfen. Hat das geklappt? Joa, es hört auf zu bieten. Was ist jetzt? Ach, nein, 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 nein. Oh, nein, 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 nein! Oh, nein, und jetzt? Mach die... Mach die Feuertür wieder auf, bitte. Mach auf. Oh, nein, wir mussten doch da bestimmt weiter. Kann ich jetzt hier eigentlich durchlaufen durch die roten Dinger oder eher nicht so? Und jetzt? Müssen wir hier lang? Ich glaube ja eher nicht, oder? Nee, ich glaube wirklich nicht. Was machen wir denn da? Oh, Himmel. Wo geht es denn jetzt lang? Ich hätte da durchgemusst, oder? Game over. Spiel vorbei, weil Schein nicht aufgepasst hat. Oh, Daten wurden erneut geladen. Komme ich hier durch? Nee. Oh, Menno. Oh, jetzt bin ich ja schon wieder so ganz leicht überfordert. Oder kann ich hier irgendwas... Naja, ich drücke das lieber nicht, oder? Hm. Okay, oder hier. Ach hier, kann ich hier nochmal drücken? Ah, jetzt geht es wieder nach oben. Ach, guck mal an. Okay. Ja. Oh, guck mal, da ist wieder so ein... Oh, da oben ist wieder der Koffermann. Wer bist du bloß? Wer bist du und was hast du hier zu schaffen mit dem ganzen Zeug? Äh. Hopp. Ups. Voll drüber getrampelt. Hopp, und schon wieder. Geht das hier nicht auf? Nee, das macht nöt. Ja, Kommunikationszentrale. Äh, irgendwie irgendwas. Irgendwo. Aber ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wo diese Kommunikationszentrale sein soll. Aber das macht ja nichts. Wir werden sie schon finden. So, nimm mal deine Pistole wieder in die Hand und gehst die hier hoch, denke ich mal. Hoppala. Ich sollte mir abgewöhnen, wenn ich auf der Leiter bin, zu springen. In manchen Spielen klappt das, aber in dem hier auf jeden Fall nicht. Okay, und da oben war doch auch gerade der Mensch. Vielleicht kann der uns dann ja erklären, vielleicht... Wow. Wenn wir, äh, wenn wir dann da sind, wo wir hin sollen, vielleicht sagt der uns ja dann, was hier Sache ist. Oder vielleicht finden wir dann endlich mal raus, wer das ist. Der ist... Wow. Okay, hab ich wieder Munition für meine Superwaffe? Ja, hab ich. Sehr schön. Okay, da ballert's irgendwo irgendwie ganz übel. Ja, was? Wo denn? Was bist denn du? Hey, 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 hey. Was? Oder wer bist denn du? Sind hier die komischen Aliens schon irgendwie bewaffnet, oder wie sehe ich das? Hä? War das ein Alien, oder war das so ein US-Marine-Fuzzi? Das will sich mir noch nicht so ganz erschließen. Ach, Mist, nicht ganz aufgeladen. Ja, der hier ist auch hinüber. Wow, okay, das war nur eine Schabe. Okay, kann ich irgendwie... So, klappt also nicht. Oh, dann gehen wir halt hier lang. Was war das? Was war das? Was war das? Das wollte sich... Uh, der ist... Uh, okay. Ähm, naja, egal. Oh, wow, jetzt kommt hier wieder... Ultimative Musik. Yeah. Das lenkt ein bisschen ab. Mal sehen, was passiert. Tür auf. Hallo. Hallo, seid ihr nicht meine Freunde? Warum haut ihr von mir ab? Oh, da geht's voll ab. Ähm, vier, drei, zwei, eins, wo muss ich denn hin? Wow. Okay, das sind irgendwelche Typen. Das sind die US Marines. Oder? Das sind die US Marines und die wollen uns töten, weil die denken, wir sind vielleicht irgendwie... Äh, was weiß ich, infiziert oder... Keine Ahnung. Kann das wohl mal sein? Oder sind das irgendwelche anderen Typen, die uns einfach was Böses holen? Vielleicht hat das irgendwas mit diesem Mr. X zu tun. Hm, ich finde das irgendwie sehr, sehr komisch. Aber das wird sich alles noch rausstellen. Und ich weiß überhaupt nicht, ob ihr mich noch hört, weil die Musik wahrscheinlich wahnsinnig laut ist. Ach, Mist. Das haben wir keine Ahnung. Ah, jetzt haben wir schon wieder... Haben wir noch Munition dafür? Alles klar. Ah, aber hier die Kisten, können wir die noch kaputt machen? Nein, geht nicht. Okay. So, dann gehen wir mal hier hoch. Hm, da haben wir nur Feier schon wieder. Das lasse ich einfach mal sein mit dem Feier. Ah, okay. Oh, hallo, ihr zwei, drei, vier Viecher. Kaputt. Ach, ja, lad nach. Kaputt. Kaputt. Hinüber. Und Feierabend. So, ist schön. Dann gehen wir mal weiter. Okay, da sind wieder so komische... Dinger. Was haben wir hier? Oh. Okay, da hängen auch wieder so Dinger rum. Ähm... Die lasse ich jetzt gerade mal. Ich denke mal, wir müssen hier entlang. Und da haben wir... Geht das? So, oh, jetzt fängt das andere Ding da auch gar nicht an zu schießen. Wow, ist ja gut. Hm. Können wir so weit schießen? So weit wie der da? Ach. Dummes Ding, du. Hm, ich habe irgendwie das Gefühl, wir treffen das überhaupt nicht. Okay, gab es hier noch irgendwas zum Aufladen? Ich glaube nicht, oder? Das haben wir komplett benutzt. Hm. Das ist natürlich ein bisschen doof. Der Anzug hat irgendwie null. Und wir haben nur noch 63. Haben wir noch eine Handgranate? Ja, dann... Ja, ich glaube, die ist viel zu nah gewesen. Viel zu nah an uns. Ja. Hm. Ach, Manu. Nein, 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 nein. Ist es kaputt? Bitte sei kaputt. Oh, Gott sei Dank. Ja, es ist kaputt. Ach, Mist. Verdammt, da. Ich... Nein! Da war noch einer. Ach, ist das gemein. Die Dinger machen einem eigentlich gar nichts, oder? Man kann doch einfach hier durchlaufen. Was soll's? So. Ähm... Schwupp. Piss. Aber das hat da hinten trotzdem nichts gemacht. Oh nein, der ist hier vorne, habe ich vergessen. Ach, ey. Ich bin aber auch ein Nasenbärmer nicht mal... Das ist immer noch nicht kaputt. Ach, jetzt schmeiße ich hier Granate um Granate und... Treff nicht. Geh doch mal kaputt da hinten. Bitte. Okay, ja, irgendwie Feier und so. Äh, Boah ist... Zu. Hm. Okay, hier passiert erstmal nichts, hoffe ich zumindest. Ja, ach, piep, 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 piep. So. Jetzt war doch dahinter auch noch so ein dummes Ding, oder? Oder, oder, oder? Ah, so. Hab ich dich. Okay, da war gerade irgendwas um die Ecke, oder? Oh, bitte lass hier irgendwas... Bitte lass doch hier mal irgendwas zum Aufladen rein. Oh, was war denn das jetzt für eine Aktion? Was ist denn da passiert? Oh, nö, das gibt's doch nicht. Naja, ihr Lieben, ich mach erstmal eine Aufnahmepause. Wünsch euch einen wunderschönen Tag und bis gleich. Bis dann, bis dahin. Bis dann, bis dann. Bis dann, bis dann. Vielen Dank.